Hey Leute, willkommen zurück zu Empyreon. Wir haben jetzt ja hier zwei Folgen lang, naja, uns versucht mit dem Bausystem so ein bisschen auseinanderzusetzen und sind da nicht so großartig vorangekommen, weil da sehr viel neu für mich halt war. Wir wollen jetzt mal ein bisschen produktiver werden. Zum einen wollte ich jetzt mal was ausprobieren hier. So, die sind fertig. Und wenn ich den jetzt so mitnehme, dann ist ja jetzt noch Schotter drin. Bleibt das dann da drin, wenn ich den woanders aufstelle? Ne, das muss man sich dann so wieder mitnehmen. So leer, kann doch nicht verschwinden. Über da hin und her laufen. So, warte mal, auf 8 ist er ja. Platzieren wir den mal hier. Weil er kann zur Not für uns hier, ne, so Betonblöcke und so ein paar Untermaterialien machen. So, und wir bräuchten hier auch mal so eine kleine Beleuchtung, wäre nicht schlecht. Äh, muss ja mal kurz glotzen, wo das war. Bestimmt hier. Da haben wir schon mal Lichter. So, und dann dachte ich mir jetzt als Projekt, damit wir mal was pflanzen können, bauen wir mal unser erstes Modul. Also ich hab vor, die Basis hier so ein Modul, äh, Art aufzubauen. Und das erste Modul wird ein Pflanzenbeet werden. Hm. Also im Moment haben wir 4. Verschiedene Pflanzen. Ich baue mir mal, äh, nein, nicht 10. Nicht 10, 2. So, wir haben 117 Betonblöcke. Gibt mal natürlich noch ein paar Fenster gebrochen. Nummer 10. Äh. 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 Ich glaube, ich brauche mir die Stahltreppen. Dann brauchen wir uns noch ein paar Treppen. Kommt mal 4 Stück hier. Das wird jetzt so unübersichtlich. Immer auf Basis schalten. Okay. Eine neue Kiste. Ich hab mal vor, hier den, äh, Input und den Output zu trennen, damit das für mich übersichtlicher wird. So, äh. Wo war ein Pflanzenbeet? Sind die hier im Nahrungsmittelprozessor? Was ist das eigentlich? Ah, Pflanzen. Also Keimlinge. Aber keine Beete. Da ist wieder einer von unseren Freunden. Die uns hier die ganze Zeit nerven. Ähm, ja. Ist da noch ein Schloss vor? Ah, hier bei den Blöcken ist es. Nährlösung brauchen wir noch. Nährlösung. Wie war denn nochmal Nährlösung? Erstens ist das, glaube ich, hier irgendwo. Hm, oder auch nicht. Ist der ist doch im Constructor? Genau. Ah, wo ich hier mal zufällig gerade reingeklickt habe. Ein Anzug hätte ich ganz gerne. Aha. Ah, für das Sturmgewehr T2. Und, ah, für den Bohrer eine Energiematrix. Und für das zweite Sturmgewehr würden wir Kobalt gebrauchen und ein Gewehr-Upgrade-Bausatz. Aber, ah, wir können das Sturmgewehr bauen. Das ist doch schon mal gut. Gewehrpatrone. 50 Stück Ausgabemenge. Dann gibt mal 500 her. Ja, dann natürlich das bessere Werkzeug. Äh, die Multiladung, äh, die ist hier. Ausgabe 3. Hauen wir uns mal 5. So, Energiematrix für den Bohrer. Da ist sie. Ah, brauchen wir auch Kobalt für. Alles klar. Und Kobalt gibt's hier auf unserem Planet nicht. Das heißt, wir müssen hier weg. Ist mir jetzt hier Sprit ausgegangen? Ja, so ist es. Oh, das macht nur 18%. Das ist nicht gerade viel. Dann machen wir doch hier nebenbei mal ein paar Kraftzellen. So, da sind unsere Lichter. Da ist die Kiste. Ein Fenster. War irgendwas alle oder ist das noch im Bau? Ah, kann ich schon nicht mehr bauen. Da fehlt mir irgendwas. Glasplatte. Ist mein Silizium schon Alu, oder was? Ei, 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 ei. Na, das ist natürlich nicht so schön. Müssen wir auch auf jeden Fall gleich mal abbauen gehen. So, diesen Bereich hier in der Mitte, wo ich jetzt erstmal hier so alles aufgestellt habe, den werde ich später irgendwann mal auf jeden Fall umbauen. Aber, äh, da war mir erstmal wichtig, dass erstmal alles steht. So, und jetzt wollen wir hier mal einen Gang. Die Blöcke können erstmal weg. Gib mal die Betonblöcke her. Genau, und ich hatte mir hier was zu essen gemacht. Ähm, da können wir uns gleich noch eins von gönnen. Unsere Bandagen sind fertig. So. Wo wollen wir denn, wenn wir das Beet haben? Das ist übrigens immer noch gucken, wo diese Nährlösung ist. So findet er nichts. Na ja, aber das ganze Dekor. Hm, das müssen wir auf jeden Fall herausfinden. Die brauche ich. Ich werde doch dafür nicht etwa den erweiterten, äh, Constructor schon brauchen, weil... Ob ich den schon irgendwie bauen kann, ist so ne Frage. Ach, hier ist sie doch. Nährlösung. Tja, verdorbene Lebensmittel rüberholen. Gesteinsmehl brauchen wir. Das machen wir uns mal, äh, hier drin. Ne, hier ist noch was in Arbeit. Dann machen wir das da. So. Ach so, äh, Mist. Das ist so dick, da muss ich mich jetzt mit dem Übertrag gewöhnen. So, nehmen wir die schon mal mit rüber. Und schmeißen wir uns in unseren Kühlschrank. Oh, da ist das geräunigte Wasser. Schon geht's. So, dann brauchen wir als nächstes... Oh, da ist jetzt wieder ein bisschen. Aber das ist wieder下手, alles. Aber das ist ja eine Pausperre driverslich. So, dann kann ich dir was, œr Maurice Werewd, oder? Oh, da ist ja... Und television. Und dann lassen wir uns dann ins, gibt es die Wasseraufbereitungsanlage nicht mehr wollen wir mal im Tech Tree gucken sieht irgendwie nicht so aus, zumindest hier so bei Base kann ich das nicht finden hier auch nicht gibt es anscheinend nicht mehr dann muss ich ja mal kurz rausfinden wie man denn Wasser macht macht man das im Nahrungsmittelprozessor ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da ist dann erstmal ein Baum im Weg. Dann haben wir unsere Motorsäge dabei. Da ist er weg. Hier unsere Baudrone. Hier unsere Baudrone. So, dann hätte ich ganz gerne noch ein paar Holzblöcke. Nur so für die Optik. So, erstmal schmeißen wir hier unser Holz rein. Äh, Quatsch. Rein, nicht raus. So, jetzt kommen wir hierher. So, jetzt kommt der Baudrone. Da ist mein Sturmgewehr. So, da ist es, nachladen, dann haben wir auch hier unser neues Multi-Werkzeug, gehen wir auch nachladen. Ah, diese Munition habe ich noch nicht rausgenommen. Zack. So, nochmal da unten unsere Munition, das hier mal nach oben. So, das kann auch gleich viel mehr. Demontieren, reparieren, austauschen und rotieren, upgraden und zerlegen. Und wir müssen hier mal demontieren, ich glaube, das müsste ziemlich schnell gehen. Ah, seht ihr, ich kann jetzt hier nicht mal alles weg. Warte mal. Es werden immer Komponenten zurückgegeben. Gucken wir uns mal den an. Kriegen wir den aber wieder? Nicht wirklich. Na, du Tello-Robot? Lass mich in Ruhe. Kommt da schon. Oh ja, na. Das neue Sturmgewehr testen. Das neue Sturmgewehr testen. Das ist weg. Sehr schön. Tja, äh. Also wir müssen jetzt eigentlich erstmal zu den Erzminen fahren. Ah, mein Anzug, den habe ich auch noch nicht rausgenommen. Und ich muss unbedingt, äh, irgendwie an Wasser kommen. Ok. Ich kann das. Ich kann das. Ja, genau. Das war's. So, dann stellen wir mal unsere Anzugsstation auf. Vielleicht mal da hin. So, jetzt haben wir auch einen Schutzanzug und könnten hier noch zwei Booster reinpacken. Jetzt sieht man auch unten an der Leiste, dass ich jetzt einen Helm aufhabe und zack, mit U, weil ich ja hier atmen kann, setze ich ihn dann wieder ab. Minicon? Minigun kann ich auf jeden Fall noch bauen. Den Geschützturm muss ich noch freischalten. Der wäre mir eigentlich lieber. Dann geben wir mir noch mal den Baum rein hier. Bodengleiter. Wo sind die Waffen? Da. Minigun-Geschützturm. Zack. Mal schnell freigeschaltet. Haben wir dafür alle Komponenten da? Ja. Dann bauen wir den doch einmal. Und ich glaube, der hat die Munition, ne? Steht das hier nicht irgendwo? Na ja. Können wir ja testen. Wir haben ja davon Munition dabei. Dann setzen wir den hier nämlich gleich nochmal oben auf unserem Gleiter drauf. Und fliegen mal zu den Minen. Dann beschützt uns der Turm nämlich die ganze Zeit, wenn wir den richtig einstellen. Fals irgendwelche Viecher kommen. Naja. Ja. Da ist mir aber gespannt, wie die große ist. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal was reinschmeißen. Soll erstmal räuch'n. Ah. So groß ist er nicht. Ja. Mach' mal mit Drone. Immer einfacher. Hä? Diese Mücken, ey. Diese Mücken, ey. So. Hier ist das lang. Hier mal ne Rampe. Zack. Hm. Passt du irgendwie nicht so ganz drauf? Zack. Das geht auch mit der Drohne. So, dann machen wir das erstmal nur so Und So Dann brauchen wir, wenn ich mich recht erinnere Noch eine Munitionskiste dafür Die ich wahrscheinlich erstmal wieder erforschen muss, wa? Ja, wo ist sie denn? Erz und Holz Da muss ich im Tech-Tree auch nochmal ganz kurz gucken Bei Bodengleiter Ob es da irgendeine spezielle Kiste gibt, die man für Munition verwenden muss Aus der sich dann bedient Da, Container, Kontrollelement, Munition Dann nehme ich den nochmal mit hier, wir haben ja noch genug Punkte Den auch Und dann mal kieken, würde ich sagen Wenn wir einfach so eine Kiste nehmen Zack Die wird ja wohl nicht so lange dauern, ne? Zack, da ist sie schon fertig So, wo platzieren wir die mal? Ey, wir fliegen mal wieder hier über unser Loch Mal an die Kiste Wenn ich wieder genug ist, muss ich immer wieder diese ACS mal einbauen Den lässt sich ja fast gar nicht drehen So, dann genau Da unten wollte ich den rein haben So Jetzt mal gucken Da packen wir mal die Munitionräulen Und mal gucken, ob es die richtige ist, ne? Ja, genau Ist die richtige 15 Millimeter Ich hab's doch richtig gehört Da drüben Na, komm Dich machen wir nochmal fertig hier So, nochmal geludet So, und mit dem Bodengleiter und den Erzen abbauen Machen wir dann in der nächsten Folge weiter Ich hoffe, ich hatte wieder ein bisschen Spaß Bis zum nächsten Mal Tschaui So, wir sehen uns schon wieder